Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. In die Hand des Ruggas. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Und gerade Lunastra wurde nicht getroffen. Was ist los? Ja. Ich muss mich mal in der Ausrufe. In Ordnung. Na komm, probieren wir es einfach mal. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Warte rein. Die Dämonen des Schlafes jagen. Die Dämonen des Schlafes jagen. Die Dämonen des Schlafes jagen. Äh. Fakir. 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 Bereits in euch. Ich hat schwer erwähnt. Verstanden. Wie kann ich helfen? Du nimmst mal die größte Heilung. Du hast. Du nimmst mal die größte Heilung. Du hast. Ja. Fakir. So schmerzlos wie möglich. Ich hat schwer erwischt. Ich fürchte, ich... Also gut, die zerschmetterten Seelen gehen schnell down, wenigstens. Das macht mir nichts aus. Ich höre. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als kann ich helfen? Ja, benutzt das. Das ist das Geber, gegen den nur Kaitor Stahl hilft. Und da ist Silastra gestorben Dabei sah das so gut aus Okay, das hier ist gerade nur Skelette mit Klingen Du heil dich am besten mal selber Ich will erstmal, dass die Skelette gehauen werden Jetzt haben wir noch Heilung Wie kann ich helfen? Wie lautet deine Aufgabe? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja? Bereit zu neuen Taten? Sag, was du von mir willst Ja? Ja? Äh, kein Zauber? Ja? Ja? Ich werde tun, was ich möchte Ich möchte mich ja nicht einrichten Vielleicht sollten wir eine Rast einlegen So, und dann noch ein Säurepfeil hinterher Wenn ich noch einen Schuss machen muss, fallen mir die Schuhe ab Wie kann ich vorwärts? Okay, so ein Säurepfeil hinterher Ich bin müde, wir müssen rast Hat's doch dann in sich Ich muss mich bald ausruhen Gibt aber auch gute Erfahrungspunkte Und ja, jetzt wird's echt Ewig dauern Bis Die beiden auf jeden Fall ein Level abkriegen Du bist als nächstes wieder dran Ihr beide kriegt ungefähr gleich Du, also du kriegst Erst kriegst du Dann kriegst du als nächstes wahrscheinlich du Und dann ihr beide Und dann ihr beide Ich bin erschöpft Lass uns eine Wale rasten Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut Es ist eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen Die Dämonen des Schlafes jagen mich Ich brauche eine Pause Ich höre, wann es sein muss Euer Hände ist nah Auch wenn ihr seht Geht euch gnädig sein Dein Befehl Okay, dürfen wir jetzt Jetzt wird's lestig langsam Na, also So, jetzt Also die Ebene haben wir Komplett Abgedeckt Wenn wir uns so umsehen waren Nur zwei Sachen zum Plündern Und alles andere nicht Das heißt, wir können jetzt Treppe sieht aus, als sei sie Absolut Zum Einstoß gebracht worden Um den Zugang von unten zu verhindern Da geht's weiter nach oben dann Hier ist sonst nichts eigentlich Auch keine Fragezeichen und ähnliches Das heißt, wir fahren jetzt erst einmal nach unten Weil wir haben da noch Teile von Ebene Hallo Hallo Ja, zur ersten Ebene kommen wir da runter Kann ich helfen? Wie viel Schaden nimmst du durch magische Verschlosser? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut Also ein bisschen nimmst du Mach mal einen Kettenzauber Den da Den da Den da Fertig Benutze ihn mal auf das Auf den Geist Kann ich helfen? Du Mach mal das Okay Zauber ist viel geschlagen Drei Geister angreifen Ja Ja Ich werde getötet Was ist los? Oh, noch mehr Gegner Ja Sag was du von mir willst Ich schlag dich im Stecker Das ist ja noch ein halbes Tutz von denen gefühlt Wobei die jetzt nicht so anstrengend sind Irgendwie die Brennen Skelette In Ordnung Ich höre Ist das alles? So, mal gucken Wo gibt's hier Fallen Und dann haben wir hier oben noch ein bisschen zu erkunden Weil hier rüber kommen wir nicht Hier wo alles eingestürzt ist Oh, ein Kurzschwert Kurzschwert der Handlung Schadenszip durch Spitze Geschicklichkeit Plus Eins Hm Ja Mach es so Dein Befehl Auch wenn sie wahrscheinlich eh fast nie dazu kommen wird Das zu benutzen Wir sehen eigentlich ihre Bolzen gehen noch Ich hab ja auch gut eingekauft Da haben wir glaube ich ein brennendes Skelett wieder Ja Sofort Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist Nein, das waren nur zerschmetterte Seelen Ja Ganz ehrlich Das war wirklich Im gelndes Ich werde Du Sehr gerne Im gelndes Wurk So, dann können wir jetzt in den Kopfbäumen gehen. Gut, hier ist ein Schlafzimmer, aber nichts darin. Jetzt geht es hier halt noch einmal die Treppe runter. Aber ja, damit haben wir auch die zweite Ebene abgeschlossen. Wir können auf die erste. Tag. Ich wasch mir meinen Bart in deine Blut. Brauchst du mich? Impensiv? Kann ich helfen? Für meine Sterne, die Klinge! Hier unten gibt es ja zum Glück nicht viel, was uns noch fehlt. Bald zwei Räume. Wenn es dein Wunsch ist. Skelett mit Klinge. Das ist eine überschattete Seele. Das ist eine abgetrennte Seele. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich glaube, wir fliegen mal wieder hoch und töten alles erstmal, was hochkommt. Auch, bitte! Spür mein Sterne! So, wie wär's mit Heilung? Ja. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich glaube, ich sollte erst mal Kleinerheit auf die anwenden. Du hast es nicht nötigt. Ich tut noch mal die Erdmord unter die Büsse.